Ich bin versetzt. Kannst gleich die Sachen zusammenpacken. Ja, aber das geht doch nicht. Das ist ja eine ganz große Schweinerei! Titus! Ja, aber das Ganze war doch gefingert! Ich kaufe mir die Puppe und sorg dafür, dass sie sinkt. Und wenn es sein muss, von mir... Titus! Ich kann doch nicht ein Straßenmädchen für mich aussagen lassen. Nein, nein, jetzt heißt es nur noch gehorchen. Und auf Gott vertrauen.